Was ist ein Volvo-Liebhaberstück? Bei diesem Wagen, einem Volvo, ein Liebhaberstück, ist aus ein paar Schwellerwechseln und Radläufen, innen wie außen, fast eine Restauration geworden. Weil der Herr, der Besitzer, diesen Wagen emotionale Verbindung hat, möchte ihn gerne so entstand gesetzt haben, dass er noch weiter 40 Jahre hält. Danke. 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 Danke.